Die Unchin ist das weltweit erste außerirdische Hotel, in dem auch Kinder willkommen sind. Er ist berühmt. Er ist das letzte Kind, das außerhalb der Erde geboren wurde. Deine Drohne hat ihren Intelligenzlimiter ausgeschaltet. Wenn ich sterbe, ob ich dann auch 100 Millionen Follower kriege? Wir ertragen die Schwerkraft der Erde nicht. So gibt es kein Zuhause, zu dem wir zurückkehren können. Sie konnte in die Zukunft sehen. Sie hinterließ uns die Schrift der Seven.